Ich bin da. So, schönen guten Abend, Jungs und Mädels. Ihr seid meine Augen heute mal. Wir spielen wieder eine Runde Team Deathmatch Battlefield 1. Ich habe ein paar Gäste bei mir. Das ist einmal der Flip. Guten Abend und viel Spaß. Jo, und dann habe ich noch den Kieken bei uns. Ballzeit. Und als allerletztes unser Gummi. Moin. So, wir spielen jetzt eine Runde Team Deathmatch. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ja, schaut euch das an. Oh. Scheiße, ich kriege jetzt schon einen in den Rücken rein. Ja, Bettli. Ah! Ja, ich habe dich. Ah, ne, ich habe Flip. Linke Seite sind es da. Ich mag die Map nicht, wenn es so neblig ist. Ah! Oh, la. Guck mal, ich hänge da. Schön. Mit linke Seite. Ah! An der Palme. Von hinten kommen sie. Oh, oben über mir ist einer. Ein Dach. Ach, ist ja klar. Ich laufe wieder im Kreis und finde ich einen. Uh! Ja, ich glaube, ich brauche ihn dann. Ich hole meinen dicke MG wieder raus. Ich spiele immer die MG. Kiko, was spielst du so? Leute? Ich spiele meinen schönen Selbstlader. Schuss ohne Visier. So wie immer. Okay. Der Flip, der spielt wahrscheinlich, wie ich ihn kenne, den Versorger. Der wird... Jawohl. Ei. Ah, wer beliebt sich denn? Und Gummi spielt auch Versorger bestimmt, wie ich ihn kenne. Naja, ich habe eigentlich besser als Sturmsoldaten. Sturmsoldaten, okay. Naja, wenigstens ein Sunny im Team hier. Hält ja keiner sonst zu mir. Um zu mal erklären, was das für Leute sind hier auf dem Server zur Zeit. Also meine Freunde hier. Die spielen mit mir zusammen in einem Computerclan. Nun ist es mittlerweile ein Multigaming-Computerclan. Wir nennen uns Krisenkommandokräfte. Ich werde unten in der Beschreibung einen Link dazu setzen. Also wenn ihr Bock habt, mal mit uns Battlefield 1 zu zocken. Oder auch mal ein anderes Spiel. Wir spielen verschiedene Sachen. Wie Arma 3. Wir spielen Gangbeast. Wir spielen ESO. Wir spielen Call of Duty. Ah, wir haben ein großes Reservoir an Spielen. Einfach mal unten in den Comments oder in die Beschreibung mal reinschauen. Ich werde den Link da unten reinposten. Wacht, wacht, Soldat, wacht, Soldat. Ich laufe wieder im Kreis. Von hinten. Ja, dann, wie gesagt, jetzt wahrscheinlich, wenn möglich, bitte wendet. Ja, ich habe auch gewendet und da kamen gleich drei. Ah. Hast du gesagt Gummimun? Ja. Ja, hier. Merci. Ja, bitte. Kinken vier Stück in deine Richtung. Feierabend. Ich habe mal ein bisschen Mut gebrauchen. Wo bist du? Oh, weit weg von mir. Ja, ganz außen. Ja, ich komme dir entgegen. Danke. Oh, pass auf, Gummimun. Oh, vorne, hinten. Oh, oben, oben. Oh, wo noch hört sich das an? Ah. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Oh. Aber das gewinnen wir an 69. Den habe ich. der läuft immer noch der läuft immer noch der steht an der seite noch auf einer seite ist noch einer schade ich habe ihn ganz außen gummi danke schön ich hasse aber spritzen das noch einer das noch einer zwei stück sind da einer ist noch von oben runtergesprungen ein habe ich doch einer im haus da kommt rum achtung nein ja die springt alle aus dem haus raus was ist hier los so eine art wespel bleib beim leben flippen irgendwie verstecken danke aber dies vor ihr kriegst noch ein bisschen heilung unter uns ist noch einer eine ok 3 1 habe ich im haus noch einer war ein schnelles spiel muss ich sagen wir sind auch weit oben ja leute wenn euch das gefallen hat unser schnelles spiel war ja sehr sehr kurzes spiel dann schreibt unten in den comments wie euch das gefallen hat vielleicht auch mal ein like button drücken und wenn ihr lust habt unsere vier fratzen mal werde zu sehen dann vielleicht auch mal ein abo drücken ich wünsche euch noch einen schönen abend tschüss schau schau und Vielen Dank.